allen unseren Geschäftspartnern, geschätzte Händler und alle, die sonst mit unserer Firma Flyer zusammenarbeiten und uns zu diesem heutigen speziellen Tag gebracht haben. Gleichzeitig möchte ich Ivi Durdevic vorstellen, unser CTO. Das ist der wichtigste Mann heute Abend. Er wird sie dann später durch die Präsentation führen, um unsere Weltpremiere heute Abend unseren geladenen Gästen vorzustellen. Ivi Durdevic will introduce what we want to announce tonight to you over what we have done for the last 12 months. Die letzten 12 Monate, seit wir uns das letzte Mal an der Eurobike gesehen haben, waren extrem intensiv auf verschiedenen Ebenen. Nicht nur positiv, die Schweizer Nationalbank hat uns ein kleines Osterei im Januar gelegt, aber nichtsdestotrotz weit geflyert. Und zwölf Monate später, nach grossen Investitionen in die Technologie, in die Entwicklung, sind wir hier. Und wir sind extrem stolz, diesem Outer-Welten-Publikum eine Weltpremiere vorzustellen, die wir in der E-Bike-Branche präsentieren können. Die letzten 12 Monate haben wir extremst demanden auf unsere Firma, für verschiedene Gründe. Wir haben eine neue ERP-Systeme, wir haben eine schwierige Situation für die Schweizer Franken-Franche, und viele andere Dinge. Und gleichzeitig hatten wir die Guts, um in die Entwicklung zu investieren. Und für was wir haben für die letzten 12 Monate gemacht, sind wir sehr, sehr stolz, zu zeigen Ihnen die Ergebnisse. Und für heute Abend noch ein Award gewonnen haben, bei der Eurobike, für das Pedelec. Und zwar für unsere TX, unser vollgefäderstes Touring-Bike. Da sind wir extrem stolz und diese Gratulation geht ganz klar auch an das gesamte Team von IBI, das ganze PM-Team, die hart und die Entwicklung dieses Fahrrades gearbeitet hat. Und wir sind natürlich sehr stolz darauf. Es ist meine zweite Eurobike und der zweite Award. Ich kann nur sagen, so darf es weitergehen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir gewonnen haben, das Award zu haben. Es ist ein Pedelec Award für unsere TX-Series. Es ist eine vollen Spendung-Trekking-Bike, die wir sehr stolz darauf haben. Und das Award definitiv geht zu unserer Produkt-Management-Team, die haben 100 Stunden, aber nicht nur für das, aber auch für unsere FIT-Technologie. So, please enjoy the introduction of our world premiere tonight. Thank you very much. Applaus 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 Musik 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 So sieht mich jeder Vielen Dank FIT Flyer Intelligent Technology Was hat uns angetrieben? Jede Komponente Jede Komponente muss sein Bestes geben Und dennoch haben wir es immer wieder leider nicht geschafft den optimalen Nutzen die beste Funktion für den Nutzer für den Fahrer herauszuholen Also haben wir immer gesagt Was ist der Anwendungsfall? Ist es ein Mountainbike? Ist es ein schnelles? Was muss noch passieren? Wir müssen die Komponenten zusammenspielen Und das haben wir gewagt Dank unserem Partner in diesem Fall Panasonic Panasonic, thank you very much for your support Dank Panasonic Applaus Die freundlicherweise ihr System aufgemacht haben und uns State of the Art den derzeit einzigartigen Motor der integriert zwei Gänge hat und eine nagelneue Zelle 4,0 Amperestunden in einen Akku integriert wie wir ihn gerne gehabt hätten schön smart integriert abnehmbar mit Potenzial nach oben flach fast fast unsichtbar und der Rest der Rest ist dann was was muss der Nutzer wissen das haben wir dann für uns entschieden das machen wir selbst wir integrieren die Komponenten für uns das ist der Anfang alle Komponenten stets im Dienste des Nutzers wenn optimales System das gibt uns die Möglichkeit in Zukunft weitere Komponenten zu integrieren und dadurch nochmal größeren Nutzen weitere Funktionen anzubieten was wir machen die Komponenten Flier Intelligent Technology ist ein Milestone in der Entwicklung des E-Bike Industrie was wir mit Fit ist zu harmonieren unsere Komponenten And without the cooperation of Panasonic Cycle Technology, this would have not been possible. Because the breakthrough point of us going there is that Panasonic has decided to open up their system towards us, which now helps us to integrate the individual components into a Flyer's unique system. And no e-bike will ride like an e-bike or Flyer, because we can control the way the engine responds, the way the power is used, and everything that goes with it. In addition, with Panasonic as a strong partner, it's able to ask that we're launching a 4-amp hour cell, which gives us more power, more strength, and as well as gives us more durability as well. So this is an absolute huge milestone for us, and it will give us the platform to introduce this technology in the future into our different models. Being it a road bike, being a mountain bike, being a comfort bike, being a trekking bike, we can adjust the functions, the way the engine reacts, we can control the way the system drives, and that is unique. And for that, we are extremely proud. And we had to learn a lot, we had to learn a lot, especially the project management over time zones, over continents, over different teams, design, construction, electric, hardware, software, mechanics, all together was a big challenge. Wir haben es tatsächlich geschafft und präsentieren jetzt erstmals Flyer Intelligent Technology in zwei neuen Modellen. Eine Applikation ist die neue Flyer U-Serie. Und jetzt kommt sie. Und jetzt kommt sie. Sie wird nachher nochmal hier ausgestellt. Und jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie in drei Minuten. To get to this point, it was a massive challenge for us for a number of reasons. Because internationally you working, across different timezones, across different teams, mit Sennion, mit Panasonic, mit unseren eigenen Leuten, mit unseren eigenen Entwicklungen. Ich weiß, dass wir alle auf Skype installieren und die Nights waren lang. Und die Macht der Team war unglaublich. Was wir erreicht haben, in einer sehr kurzen Zeit, war es im November starten, und jetzt hier ist das Produkt. Das spricht nur für unsere Produkt-Development-Team. Und die Congratulations geht zu ihnen. Noch mal ein spezieller Dank an Simon Lanz und sein Team. Er leitet die Elektronik-Entwicklung. Was ist so besonders? Dank dem integrierten Zweigang-Motor ist es sehr leicht, auch eine Automatik zu implementieren. Das heißt, ein leichtes Anfahren und dennoch die 45 kmh. Und dafür ist das Bike gemacht, mit einer einfachen, mit einer niedrigen Kadett zu erreichen. Eine zweite Applikation. Natürlich, wenn man zwei Gänge hat, wenn man vorne übersetzen kann, braucht man auch bei hoher Steigung ein optimales Stehmomentum-Hinterrad. Eine optimale Steigfähigkeit. Und dafür haben wir Flyer Intelligent Technology in ein Mountainbike. Und das ist das erste E-Mountainbike mit dem Panasonic-System eingeführt. Und hier ist das neue Updruck 7. Die Technologie ist in einer unserer Plattform. Aber wir wollten die Möglichkeit, um es in einem zweiten Modell zu introduzieren. Denn eine Sache, die ich nicht gesehen habe, in meine horrible Translations, ist, was die Engine kann tun. Dasselbe zwei Gears automatisch in die Engine automatisch in die Engine ermöglicht uns eine viel größere Sprecherung in wie die Bike reagiert und was wir für die Ausgabe benutzen können. So the automatic gearbox of this fantastic product enables us to do a lot more in the performance of the bike and that we do with the bike. That has given us the opportunity to introduce another mountain bike into our range, which is the Uproc 7, which has been presented to you right now. Okay. Now, we don't want to keep it longer. You guys want to see what we have. Don't take the photos of the boys, but take photos of the bikes. Enjoy the evening. We would like to thank you for all your support for the last 12 months and many years before. And we hope that with this intelligent technology we can be here for many, many more years to come. And we have shown the bike industry that Flyer can set the technology standards going forward and many years to come. Enjoy the evening. Thank you so much for coming.